Hi, ich grüße dich, herzlich willkommen zu einem neuen Lightroom Tutorial. Heute geht es mal um den Instagram Look und damit meine ich nicht einen typischen Instagram Filter nachzubauen, sondern ich meine diesen Instagram Look, den viele Fotografen auf ihren Bildern anwenden, diesen cleanen und entsättigten Look, den wollen wir heute mal nachbauen, viel Spaß dabei. Ich habe mir mal ein Bild rausgesucht von Berlin, mal wieder über den Dächern und dieses Bild ist dafür geschaffen, so einen Look zu erstellen, denn es ist relativ clean. Das heißt, wir haben so gut wie keine Wolken am Himmel, was schon mal ein sehr guter Pluspunkt ist für das Ganze. Wenn ihr Wolken am Himmel habt, dann könnt ihr das auch trotzdem machen, indem ihr das Bild einfach etwas überbelichtet und damit den Himmel fast schon ausbrennen lässt und dann funktioniert dieser Effekt auch sehr gut. Ansonsten zeige ich euch mal kurz meine Einstellungen. Ich habe hier mit einer 50. Sekunde fotografiert bei einer Blende 8 und ISO 100. 14 mm, das Ganze auf einem Stativ und wie gesagt, ich war so ein bisschen erhöht auf einem Hochhaus. So, fangen wir einfach mal an. Ihr kennt das ja so ein bisschen, meine Bearbeitung, obwohl ich jetzt hier mal ein bisschen in die andere Richtung gehe. Also die Tiefen aufhellen, das ist immer noch gleich. Die werde ich ungefähr auf plus 75 aufhellen und was jetzt aber neu ist, ich werde die Lichter nicht runterdrehen, sondern ich werde die Lichter komplett nach oben drehen. Um diese Überstrahlung im Himmel noch sehr viel deutlicher zu machen. Das gefällt mir so schon ganz gut und ich werde jetzt auf jeden Fall auch noch die Schwarzwerte abdunkeln, um den Kontrast wieder reinzubauen, denn wir wollen auf jeden Fall sehr viel Kontrast im Bild haben. Das habt ihr auch schon in der Vorschau gesehen. Also hier muss das ganze Bild zwar sehr hell sein, aber trotzdem kontrastreich und deswegen werde ich hier auch den gesamten Kontrast noch wesentlich verstärken. So gefällt mir das schon ganz gut und ansonsten den Weißabgleich können wir eigentlich so lassen. Tönung auch, Klarheit, Dynamik, Sättigung muss ich hier eigentlich gar nicht anfassen, denn das geschieht weiter unten. Und da gehe ich jetzt auch gleich mal hin, hier in diese HSL-Palette und hier in die Sättigung und hier möchte ich jetzt einfach mal alle Werte so ein bisschen entsättigen. Beziehungsweise nicht alle, aber ich werde jetzt einfach mal Magenta, Lila, Blau, Aquamarine und Grün, die nehme ich alle mal ziemlich doll raus. Und dafür werde ich jetzt hier noch die Rottöne, die Orangetöne und die Gelbtöne etwas mehr sättigen. Und ihr seht schon, jetzt bekommen wir diesen Look schon sehr, sehr cool hin. Also es ist ja eh Sonnenuntergang, deswegen würde ich die Gelbtöne und Orangetöne eh drin lassen. Aber insgesamt das ganze Bild halt entsättigen, außer diese warmen Töne. Das gefällt mir so schon ganz gut. Jetzt werde ich das ganze Bild auf jeden Fall auch wieder schärfen auf einen Wert von 80, so wie immer. Und das Ganze dann mit gedrückter Alt-Taste auch wieder ausmaskieren, sodass der Himmel nicht geschärft wird. Perfekt. Dann gibt es die Profilkorrektur noch. Chromatische Aberrationen werden wir entfernen. So eine kleine Vignette werde ich um das Bild herumlegen, nicht zu viel. Und ich werde auf jeden Fall auch noch hier in die Kamerakalibrierung gehen. Das vergessen ja viele immer ganz oft. Hier kann man auch noch sich ein Profil aussuchen. Und ich probiere es einfach mal mit Camera or Landscape. Das passt hier schon ganz gut, denn da gibt es noch ein bisschen mehr Kontrast. Die Farben werden noch ein bisschen verstärkt. Das sieht doch super aus. So, jetzt können wir noch ein bisschen was machen. Ich würde jetzt hier nochmal einen Verlaufsfilter nehmen und hier die Ecken noch ein bisschen abdunkeln, denn das hat die Vignette jetzt noch nicht so gut hinbekommen. Und ich habe hier die Einstellung schon, weil ich habe das Bild logischerweise schon mal bearbeitet. Ich habe die Lichter komplett runtergenommen und auch die Belichtung umfasst eine Blende. Und jetzt werde ich hier einfach nochmal so ein bisschen das Ganze reinziehen und vielleicht auch von hier nochmal ein. Mal gucken, wie das aussieht. Das darf tatsächlich nicht zu doll überlappen da oben, sonst wird es zu dunkel. So gefällt mir das schon ganz gut. Vielleicht die Lichter ein bisschen heller machen. Hier genauso mit dem Klick auf diesen kleinen Button könnt ihr dann einfach nochmal den entsprechenden Verlauf anwählen und dann nochmal extra bearbeiten. Ihr seht jetzt natürlich auch, ich habe hier oben noch so ein paar Sensorflecken. Ein paar ist gut. Das sind schon eine ganze Menge. Das Bild ist auch schon ein bisschen älter. Ich habe inzwischen, glaube ich, meine Kamera irgendwann nochmal sauber gemacht. Nichtsdestotrotz müssen wir hier auf jeden Fall nochmal in diesen Bereichsreparaturpinsel reingehen. Und dann können wir hier einfach auf die entsprechenden Punkte klicken oder hier komplett rüberziehen. Und dann werden die dann automatisch auch von Lightroom entfernt. So, das werde ich jetzt hier noch kurz machen. Und dann ist das Bild eigentlich auch schon so gut wie fertig. Mal gucken, ob es hier noch irgendwelche anderen gibt. Mit gerückter Leertaste übrigens könnt ihr, während ihr dieses Tool benutzt, auch im Bild hin und her scrollen. Was auch ein sehr cooler Tipp ist, denke ich mal, dass man hier nicht immer wieder rausgehen muss aus diesem Tool, sondern man kann mit gerückter Leertaste tatsächlich hier dann immer weiter scrollen. Hier oben ist noch einer. Den werde ich auch noch wegmachen. Und ansonsten gefällt mir das Bild so schon sehr, sehr gut. Ich gehe jetzt hier nochmal, klicke jetzt hier auf Fertig und dann gehe ich nochmal aus dem ganzen Bild raus. Ja, das ist der Instagram-Look. Ja, also so kann es aussehen. Es kann natürlich auch komplett anders aussehen. Ihr könnt natürlich zum Beispiel auch einen anderen Look nehmen, indem ihr hier einfach in der HSL-Palette andere Farben betont oder andere Farben halt drin lasst und dafür die Warmtöne zum Beispiel rausnehmt. Das kann genauso gut auch ein ganz kühles Bild werden. Das ist euch überlassen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und beim Bearbeiten eurer Bilder. Wie gesagt, wenn ihr die Datei haben wollt, dann, oder beziehungsweise wenn ihr alle Dateien zukünftig auch haben wollt, dann tragt euch in mein Newsletter ein. Denn es gibt im Moment noch so ein paar Probleme. Ich kann noch nicht die vergangenen Episoden, die RAW-Bilder für jeden zugänglich machen, der sich jetzt neu anmeldet. Da arbeite ich aber dran, dass das in Zukunft so sein wird. Und bis dahin sehen wir uns wie immer jede Woche hier wieder. Also, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert auch gerne, wenn ihr Vorschläge habt für weitere Videos. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.